Offenbarung 21, 4 Trost und Hoffnung finden in einer Welt voller Aufruhr In Offenbarung 21,4 der Bibel heißt es Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und es wird kein Tod mehr sein, weder Trauer noch Geschrei, noch Schmerz mehr, denn das erste ist vergangen. Dieser Vers beschreibt einen zukünftigen Zustand, in dem Gott dem Leiden, dem Schmerz und dem Tod ein Ende setzen wird. Es bietet ein kraftvolles Bild des Trostes und der Hoffnung für die Gläubigen. So lässt sich dieser Vers auf den heutigen Kontext anwenden. Trost in der Trauer, in unserer heutigen Welt durchleben Menschen verschiedene Formen des Leidens, sei es der Verlust von geliebten Menschen, persönliche Herausforderungen oder globale Krisen. Offenbarung 21,4 versichert uns, dass Gott unsere Tränen abwischen wird, was sein Mitgefühl und sein Mitgefühl zeigt. Dieser Vers kann eine Quelle des Trostes für die Trauernden sein und sie daran erinnern, dass ihr Schmerz eines Tages durch Gottes heilende Gegenwart ersetzt wird. Hoffnung inmitten von Schwierigkeiten, heute stehen die Menschen vor zahlreichen Herausforderungen, die oft zu Leid und Schmerz führen. Dieser Vers bietet Hoffnung, indem er auf eine Zukunft ohne Kummer und Weinen hinweist. Es ermutigt den Einzelnen, seine Kämpfe mit der Gewissheit zu ertragen, dass Gott eines Tages seinen Schmerz in Freude verwandeln wird. Konfrontation mit der Angst vor dem Tod Der Tod ist eine universelle menschliche Erfahrung, die oft Angst und Unsicherheit mit sich bringt. Offenbarung 21,4 verspricht ein Ende des Todes in der Zukunft. Das kann denen, die Angst vor dem Tod haben, Trost spenden und ihnen helfen zu erkennen, dass der Tod nicht das letzte Wort ist und dass Gottes Verheißung des ewigen Lebens auf sie wartet. Empathie und Mitgefühl Als Gläubige können wir die Botschaft von Offenbarung 21,4 anwenden, indem wir Empathie und Mitgefühl verkörpern. Indem wir die Trauernden unterstützen, die Leidenden trösten und den Leidenden Liebe erweisen, können wir die göttliche Verheißung von Heilung und Erneuerung widerspiegeln. Auf der Suche nach Gottes Königreich, der Vers erinnert uns daran, uns auf ewige Wahrheiten zu konzentrieren, anstatt uns von weltlichen Sorgen verzehren zu lassen. Indem wir uns bemühen, nach Gottes Willen zu leben und nach seinem Reich zu streben, richten wir uns auf die zukünftige Realität aus, die in diesem Vers beschrieben wird. Aktives Streben nach Wiederherstellung, während die vollständige Verwirklichung von Offenbarung 21,4 auf die Zukunft wartet, können wir aktiv daran arbeiten, Leid und Schmerz in der gegenwärtigen Welt zu lindern. Taten der Freundlichkeit, Bemühungen um soziale Gerechtigkeit und die Förderung des allgemeinen Wohlergehens stehen im Einklang mit dem Versprechen einer Welt ohne Leid. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Offenbarung 21,4 zeitlose Bedeutung hat, indem sie Menschen, die heute mit Leid und Herausforderungen konfrontiert sind, Hoffnung, Trost und Zuversicht bietet. Es ermutigt uns, das Leben mit dem Verständnis anzugehen, dass Gottes Verheißung der endgültigen Wiederherstellung und Heilung unsere Grundlage ist und uns dazu inspiriert, mit Empathie, mit Gefühl und einem Sinn für Zielstrebigkeit zu leben. Ich bete, dass ihr gesegnet seid. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bitte abonnieren, liken und teilen.